Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Studiums des Briefes des Jakobus. In der letzten Stunde haben wir gesehen, dass der Mensch durch die Blindheit seines Herzens in einem Zustand ist, wo er richtet. Dadurch, dass er denkt, tief in sich, unbewusst sogar ihm selbst, dass er Gott ist, erhebt er sich. Und mit guten Absichten richtet er über andere. Und damit sündigt er und stellt sich an die Stelle Gottes. In der heutigen Betrachtung geht es um einen anderen Betrug, der aus demselben Gedanken kommt. Und das ist der Betrug des Reichtums. Nicht, dass Reichtum an sich selbst schlecht ist. Nein, Reichtum ist etwas, was wir gemacht worden sind, dass wir es erringen sollen. Wir sind geschaffen, um zum Gewinn zu gehen, nicht in Richtung Verlust. Aber was uns verführt, ist, dass wir den Reichtum als unser eigenes Ansehen, als unser eigenes Besitz. Und dass wir meinen, wir haben ihn errungen oder erreicht durch unsere eigenen Anstrengungen und sind deshalb in unserem Wesen hochmütig und halten uns für mehr wert, denn die anderen Menschen. Der Reichtum ist etwas, was ganz klar im Wesen des Menschen, nicht der Reichtum selbst, sondern dieses schlimme Auge, dieses Auge, das uns betrügt, er gehöre uns, der Reichtum. Und wir hätten ihn errungen und wir können darauf bauen, weil wir sind reich, weil wir uns selber reich gemacht haben. Dieser Gedanke führt zur Unfähigkeit des Menschen, seine Not zu erkennen, dass das nur ein Betrug ist. Deshalb sagt Jesus schon in der Bergpredigt, nicht in der Bergpredigt, sondern in seinem Gespräch mit dem reichen Jüngling und anschließend an die Jünger in Markus Kapitel 10, so deutlich und sagt, ab Vers 25, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Warum? In Vers 24 sagt er, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihren Kindern, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen und das Reich Gottes hinein zu kommen. So, es ist so schwer und er bringt dann diesen Vergleich mit dem Kamel und dem Nadelöhr, dass das so schwierig ist. Weil der Reiche ist durch den Reichtum mehr geblendet über seinen Irrtum wie der Arme. Es ist verwunderlich, dass ich diese Dinge erkannt habe und ein Gebet bete für mich, aber auch für meine Kinder, dass sie nie reich werden sollen. Dass wir nie in die Gefahr kommen könnten, es schwerer zu haben, ins Reich Gottes zu kommen, wie normal. Es gibt nicht so viele Reiche auf dieser Welt und es sind nicht viele, die ansprechbar sind auf das Reich Gottes, weil sie auf ihr Reichtum, auf ihren Reichtum vertrauen. Deshalb ist jemand reich, hat er viele Güter, dann kann er nicht erkennen, dass in seinem Herzen die Idee herrscht, ich bin Gott, ich bin, ich hab's, es ist alles mein und ich kann davon leben. So, durch die ganze Heilige Schrift finden wir den Gedanken der Gefahr des Reichtums. Und so finden wir natürlich auch durch den ganzen Jakobusbrief bereits im ersten Kapitel im Vers 9, 10 und 11 kommt er zu diesem Thema. Und er sagt, der Bruder, der aber der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. So, der Bruder, der niedrig ist, der soll sich rühmen seiner Niedrigkeit, weil er wird ja erhöht von Gott, er ist demütig und der Demütige wird erhöht. Der Reiche dagegen rühme sich seiner Niedrigkeit. Das ist natürlich äußerst schwer, dass der Reiche sich seiner Niedrigkeit rühme, weil er müsste ja verstehen, er hat das alles nur durch die Gnade Gottes. Er hat das nicht aus sich selbst und es gehört auch nicht ihm. So würde der Reiche verstehen seine Niedrigkeit, dann würde der Reichtum ihm nicht schaden, dann würde er ihn einsetzen zum Wohl dessen, was Gott es ihm gegeben hat. Aber wenn der Reiche nicht versteht, dann wird er es in der Realität erleben, dass er betrogen ist und er versucht ihm diesen Betrug durch die Kurzlebigkeit des Reichen zu zeigen. Er wird verwelken, wie ein Gras, wie eine Blume des Grases. Und er geht weiter in seiner Beschreibung der Kurzlebigkeit des Reichen in Kapitel 4, Abvers 13, wo er sagt, Wollann und ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. So, was ist die Grundidee auch hier wiederum? Er sagt, ihr Reichen, ihr macht euch Pläne und rechnet mit dem Morgen. Und er sagt ihnen, ihr denkt, das Morgen gehört euch. Aber nein, das Morgen wird euch nicht gehören, denn so wie der Dunst, der eine kleine Zeit da ist, so werdet auch ihr verschwinden. Warum? Von was spricht er? Er spricht deutlich von dem endgültigen Gericht, das über den Reichen oder den Gottlosen kommt. Er vergeht und es ist nicht das vergängliche Leben hier gemeint, was der Jakobus mit dem Verwelken des Reichen geht. Nein, es ist das ewige Leben gemeint. Es ist der ewige Tod, wenn man so will, die ewige Verdammnis. Dieses irdische Leben geht für jeden wie ein Dunst vorbei. Aber der Arme, der Demütige, der Niedrige, der anerkennt in seinem Herzen, er ist nicht Gott, ich bin nur ein Geschöpf. Derjenige, der das anerkennt und sieht, der ist befreit und der lebt in Ewigkeit. Deshalb wird auf ihn nicht beschrieben, die Vergänglichkeit, weil er ist nicht vergänglich. Er stirbt zwar diesen Schlaf, er kommt zur Ruhe, aber sein Leben ist verborgen in Gott und er ist nicht in dem Sinne tot. Er ist unbewusst, er ist in einem Schlaf, er ist in einem Schlaf, sich nicht bewusst dessen, aber er ist nicht tot, weil der Tod ist der, wenn das Gericht kommt. Wenn das Endgültige kommt, dann ist der Reiche nicht mehr genauso wie der Gottlose. Und es geht darum, dass dessen Leben kurz ist, aber der Niedrige und Arme, dessen Leben ist nicht kurz. Das vergeht nicht wie das Gras, denn es bleibt in aller Ewigkeit. So, wir verstehen ja den Jakobus, er schreibt für die letzten Tage, er schreibt für die Menschen, die die letzte Zeit erleben sollen auf dieser Welt, besonders das Volk Gottes, muss verstehen, wie es mit Reichtum umgeht. Besonders das Volk Gottes, muss verstehen, die Gefahr, die darin liegt, in diesen Fehlern, die er durch sein ganzes Buch aufschreibt. Es geht nämlich um das Ende. Und dieses Ende beschreibt er uns besonders im Kapitel 5. So, hier in diesem Kapitel 5 fängt er an und sagt, Wollann nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird dagegen euch Zeugnis ablegen. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. So, ihr seht, es ist Gerichtszeit hier. Und die Situation ist deutlich beschrieben. Ihr habt dann, wo ihr hättet etwas anderes tun sollen, wo ihr für den himmlischen Schatz hättet arbeiten sollen, habt ihr euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit und das Ruf und der Schnitter ist dem Herrn, der Herrschahn, zu Ohren gekommen. Ihr Leute, es ist Gerichtszeit. Ihr habt euch den Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet und er hat euch nicht widerstanden. So, die Szene, die hier beschrieben steht, ist Gerichtsszene. Und er sagt den Reichen, so deutlich, wie er es nur sagen kann, heult und weint. Klagt. Dieses Klagen, aber ist nicht so wie das Klagen oder Weinen derer, die im Kapitel 4, Vers 9 angesprochen werden. Dort wird gesagt, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist das Weinen und Klagen des bußfertigen Menschen. Der erkennt seine Not. Der sieht, er richtet. Der sieht, er streitet. Der sieht, seine Zunge ist nicht unter seiner Kontrolle. Er sieht, dass er falsch Partei ergreift. Er sieht, dass er bedürftig ist. Dass er gebunden ist an die Welt und er verloren geht, wenn er so bleibt. Dieses Heulen und Weinen und traurig sein, ist die Trauer über den Betrug der Sünde. Und diese Trauer ist die, die zur Buße führt, zur Erkenntnis der Wahrheit, die einen dann aus der Not herausbringt. Das Weinen und Heulen jedoch der Reichen ist das Weinen und Heulen, das Jesus beschreibt, als er den untreuen Knecht, der nicht das Talent, die Gabe, die er gehabt hat, vermehrt hat, hinauswirbt. Es ist derjenige, der mit zur Hochzeit kommt und hat kein hochzeitliches Kleid. Es ist das Heulen und Klagen, was Jesus sagt, werft ihn hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. So hier geht es um eine endgültige Gerichtsszene. Hier beschreibt die Schrift so deutlich, siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Das bedeutet, es ist Zeit zur Abrechnung. Es ist Zeit, Gericht zu halten. So, wir wissen, der Jakobus schreibt für die Endzeit, also will er hier eine deutliche Warnung geben allen denen, die ihr Leben auf das Reichtum setzen, die hier in den letzten Tagen sich irdische Reichtümer ansammeln. Und hier liegt der Betrug unseres Herzens. Und ich möchte das kurz nochmal aufzeigen. Wir wissen, dass in unserem Herzen wir nur zwei Gedanken haben, wir eine feste Richtung haben. Das Grüne ist der Körper und das Rote ist der Geist. Es bin ich und ich muss gewinnen und ich muss Verlust vermeiden. Weil der Geist muss und hat ein Ja zum Gewinn und ein Nein zum Verlust. So, wir kennen diese Sache. Ich habe sie häufig erklärt und sie kann uns immer wieder helfen zu verstehen, wo der Fehler ist in unserem Denken und wo der Fehler auch bei dem Reichen ist. Nun, das böse Auge führt dazu, dass der Reiche denkt, der Gewinn ist mein Eigentum. Er meint, er hat es selbst geschaffen, mein Verdienst. Und er denkt so wie derjenige, der Jesus im Gleichnis erzählt, der so eine reiche Ernte eingefahren hat und er sagt, ich werde die Kornscheuer vergrößern und werde die Ernte da einfahren und werde sagen zu meiner Seele, freue dich und sei fröhlich. Und Jesus sagt, du narr, du weißt nicht, dass morgen deine Seele von dir gefordert wird. Ja, da ist dieser jetzige Tod ein Beispiel für, aber letztendlich ist das Morgen die Endgültigkeit des Verlustes des Lebens. Der Reiche baut auf seinen Verdienst und er weiß nicht, er denkt, es ist sein, mein Eigentum, mein Verdienst. Ich lebe davon. Die Wahrheit, hätte er das richtige Auge, würde die Wahrheit in Lenken, würde er sagen, das Ganze habe ich als Gnadengeschenk, ja, ich habe was mitgearbeitet mit Gott, aber es ist nicht mein Verdienst. Es ist nicht mein Eigentum. Ich bin nur Verwalter. Ich bin Verwalter. Ich kann dankbar sein, dass ich so viel zur Verfügung habe, zu verwalten, weil es macht große Freude auszugeben. Es macht große Freude zu geben, das den anderen, weil darin wissen wir, haben wir den Gewinn. Aber dieser Reiche will ja noch mehr, er möchte das Ganze behalten. Und es ist völlig klar, er kann das nicht behalten. Und wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte sind in einer Gefahr. Und Jesus beschreibt diese Gefahr in seinem ersten Gleichnis, dass er spricht von dem Sehen, von dem Sämann. Und dort in Matthäus 13, 22 sagt er, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das heißt, es keimt das Wort Gottes im Herzen dieses Menschen, aber jetzt kommen die Sorgen dieser Welt, aber vor allen Dingen der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums, der ist es, der den Menschen das Keimen des Wortes Gottes wegnimmt. Und die Sorgen sind ja auch die Sorgen, wie soll es weitergehen um den Verlust? Und man klammert an sich selbst, wenn man wüsste, ich bin ein Verwalter, ich bin ein Geschöpf Gottes, wofür er sorgt. Wenn ich wüsste, ich bin ein Geschöpf, dann wüsste er, die Fürsorge Gottes gilt ihm, so wie er für die Natur sorgt, für die Vögel und so weiter. So, es ist also nichts Falsches im Gehen zum Gewinn. Wir müssen dahin gehen, aber wir brauchen einen Schatz. Und der Schatz, den wir anstreben, muss ein ewiger Schatz sein, nicht ein vergänglicher. Deshalb ist das Leben des Reichen ein vergängliches Leben, während das Leben des Armen in Christus ein ewiges Leben ist. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den der Jakobus beschreibt, in diesem Jakobusbrief, der befindet sich in Kapitel 2, Abvers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden? Ihr seht also, es muss auch Reichtum errungen werden. Aber wo im Glauben müssen wir reich sein und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt denn sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? So, er macht klar, wir verhalten uns dem Reichen gegenüber mit größerer Ehre und verachten den Armen, der in Gott, mit Gott geht. Oder auch generell den Armen. Und wir sehen nicht, dass wir etwas tun, was nicht richtig ist. Es sind die Reichen letztendlich, die die Menschheit unterdrücken, nicht die Armen unterdrücken die Menschheit. Die, die, das Gericht, die, die Welt wird nicht von Armen regiert, sondern von Reichen. Die Nöte, die Verfolgung ist nicht eine generiert von Armen, sondern von Reichen. Und deshalb ist das auch wichtig zu verstehen, dass die Sicht, die wir haben müssen gegenüber dem Reichtum dieser Welt und den Reichen dieser Welt, muss eine klare sein. Nämlich nicht, dass wir den einen gegenüber dem anderen bevorzugen. Die Gefahr besteht ja bei dem Reichen, dass wir ihn bevorzugen. Den Armen bevorzugen wir nicht. So, dieses Gedanke, der im Jakobusbrief hervorkommt, über die Reichen, die den Armen unterdrücken, kommt auch hier im Kapitel 5 wieder sehr deutlich hervor, im Vers 6, wo er sagt, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Und ich denke, da sollen wir einen Blick hineinwerfen, was dieser Abschnitt in Kapitel 5 noch meint. Wenn ich ihn so lese, dann musste ich an einen anderen Text oder einen anderen Abschnitt in der Heiligen Schrift denken, nämlich an Offenbarung 18. Und hier in Offenbarung 18 wird eine Gerichtsszene gezeigt. Und hier wird das, was die Bibel Babylon nennt, hier wird sie gerichtet. Und es ist ganz erstaunlich zu sehen, wer sie beklagt und wer heult und klagt. In Vers 11 steht, Und die Kaufleute der Erde weinen und trauen über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelstein und Perlen und feiner Leinwein und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tuja-Holz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erd und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst sie niemals mehr finden. So, hier wird gedacht an die Hure Babylon. Aber hier wird gedacht an die, die reich war. In Vers 17 steht, Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. So, das Gericht Gottes kommt über einen falschen, wenn man so will, Gottesdienst, um eine falsche Einstellung des Menschen, die nach einem irdischen Gewinn strebt, die den vergänglichen Gewinn in den Mittelpunkt stellt. Und wir wissen von der Symbolik, Babylon ist ja ein Zeichen für den Abfall von Menschen, die einmal Gott so gedient haben. Sie sind in ein System hineingekommen, sie sind betrogen worden von dem Reichtum dieser Welt und haben jetzt in ihrem religiösen System dieses, diesen Reichtum eingebaut. Aber der Wert lag nicht im, im Dienen Gottes, sondern ihr Ganzes lag in dem, was sie hatten. Sie haben sich gestützt auf etwas ähnlich wie der Hiskia, der großen Reichtum rang und als er dann gesund gemacht worden ist, den Kundschaftern von Babylon, den Botschaftern von Babylon, nicht die Güte Gottes erklärt hat, sondern das, was er alles geleistet hat mit furchtbaren Folgen. So, das war eine zeitliche Sache, aber hier am Ende geht es um das Endgültige. Und hier ist das, was Gott uns schreibt für diese letzten Tage. Was wollen wir erreichen? Wollen wir uns wirklich hier auf Erden bequem machen? Streben wir an, dass, den Reichtum dieser Welt, weil wir als Christen, wir, die wir sagen, wir folgen Gott, sind in derselben Gefahr. Ja, wir werden vielleicht nicht so reich wie die Reichen, aber das wenige, was wir an Reichtum uns vielleicht ergattern, das Häuschen, das Auto, ich weiß jetzt nicht, das Flugzeug oder irgendetwas, woran wir uns hängen mögen, ist es wirklich unser? Wollen wir uns bereichern in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte? Oder wollen wir zum Bewusstsein kommen, dass wir da sind als Verwalter und als Benutzer dieser Gaben, damit das Evangelium und die das Licht in diese ganze Welt kommt? Hier seht die Schrift die Gefahr in den letzten Tagen unter dem Volk Gottes und die dem Volk Gottes ihre Sache auf den Gewinn des irdischen, auf ihren irdischen Handel legen, wenn sie sich auf ihren Übermut und Hochmut stützen, wo werden sie ankommen? was wird ihr Schicksal sein? Es wird genau dasselbe sein, wie das der Hure Babylon, das der des Menschen, der seine Scheunen vergrößerte, das des reichen Jünglings, der nicht willig war, seinen irdischen Reichtum zu erkennen, er ist Gottes Eigentum und er ist nur Verwalter und er sollte es jetzt den Armen geben, damit geholfen werden, ihnen geholfen wird. Ich hoffe, dass uns es auch klar wird, dass auch wir in dieser Gefahr stehen, uns Reichtum anzusammeln, Ehre, dass wir den Fokus haben auf das Falsche, den Fokus haben in eine Richtung, die nicht stimmt. Vielleicht ist es nicht so, ist es nicht so eine scheinbar große Gefahr, für uns reich zu werden, wie wir richten. dennoch ist dieser Fokus, diese Betonung, dass man es hier auf Erden gut haben soll und bequem, sehr, sehr betrügerisch. Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen soll. Du musst nicht reich sein, um hochmütig zu sein, um zu streben nach einem irdischen Gewinn. Aber wenn du es sozusagen geschafft hast und hast dir gewissen Reichtum angesammelt, dann ist es Zeit zu überlegen, lebe ich davon? Ist das das, was ich brauche? Ist das meine Sicherheit für morgen? Wer ist es? das Morgen ist das Gericht Gottes und die Reichen, die an ihrem Reichtum festgehalten haben, die, die nicht das Ganze eingesetzt haben zum Besten ihrer Mitmenschen, die im Betrug des Reichtums geblieben sind, sie werden eines Tages bitterlich weinen und heulen weil sie erkennen müssen wie betrogen sie gewesen sind wie betrogen sie ihr Herz hat sie haben gesetzt auf etwas was sie nicht in die Ewigkeit führt sondern in den ewigen Verlust in den ewigen Verlust deshalb sollte uns sollten uns die Warnungen die uns Gott gibt durch die ganze Heilige Schrift aber besonders in diesen unseren letzten Tagen deutlich unsere Herzen berühren dass wir wegkommen von allem von aller Sucht von allem Suche nach irdischem Reichtum dass wir unser Herz nicht darauf stützen dass das Wort Gottes das in uns gekeimt ist nicht untergeht durch das trachten nach Reichtum nach haben nach besetzt wo wir doch nie etwas besitzen können so wie viel besitzt du ich habe schon vor Jahren ist mir das bewusst geworden ich besitze nichts aber ich muss auch bewusst in meinem innersten in meinem geist muss ich sagen das haus in dem ich wohne auch wenn es auf meinen namen geschrieben ist es ist nicht mein so nenne ich das haus wo wir wohnen es ist gottes haus es ist noch lange nicht abbezahlt aber es ist nicht mein haus es ist gottes haus und der bank wenn man so will es ist da dass es eingesetzt wird zum guten des evangeliums zum zum arbeiten im werk des herrn alle dinge das auto die praxis diese dinge die wir sozusagen auf unserem namen haben alle instrumente wir müssen sie gott weihen für seinen dienst und müssen uns bewusst sein unabhängig ob wir sie weihen oder nicht sie sind gottes alles das was ich benutze alles was auf dieser welt mir zur verfügung steht ist gottes eigentum und er wird rechenschaft von mir verlangen für das wofür ich es benutzt habe und wie ich es benutzt deshalb sollten uns wenn wir diese mittel haben wir ständig nachdenken wie können wir sie einsetzen für den schatz im himmel weil indem wir sie richtig verwalten und weitergeben schaffen wir uns den schatz im himmel wir sind beteiligt quasi dadurch dass wir die dinge gottes umsetzen werden sie uns in der ewigkeit als unser zugeschrieben nicht als materielles schätzen sondern als ein schatz der liebe als ein charakter der uns zum charakter gottes umwandelt also unseren charakter in gottes charakter umwandelt das ist der große schatz das ist das was ewig bleiben wird dass wir richtig gehandelt haben mit dem was uns gott zur verfügung gestellt hat ich denke das muss uns in den herzen gehen besonders jetzt in den letzten tagen dieser weltgeschichte jetzt wo wir wissen dass es nur noch ganz wenig zeit ist jetzt in diesen letzten tagen müssen wir etwas tun das unseren glauben beweist dass wir wissen wir sind in den letzten tagen leider leben auch die christin heute nicht so in dem bewusstsein der letzten tage sie setzen nicht alles ein um das werk gottes zum abschluss zu bringen ihr fokus ihre richtung ihres auges ist nicht das elend dieser welt damit es endlich behoben wird damit endlich es zu ende geht nein wir denken das ganze geht noch lange und wenn es lange geht muss ich ja was zur seite tun für meine sicherheit ich muss was zur seite tun für das was ich morgen brauche ich muss eine lektion lernen die war mir nicht so bewusst in den jahren vor meiner bekehrung aber seit meiner bekehrung wieder bekehrung vor elfeinhalb jahren lerne ich die lektion dass ich von heute auf morgen lebe dass ich nicht auf ein irdisches mittel mich gründen kann für morgen es ist eine schwierige lektion zu lernen als ich damals die praxis baute habe ich meine rentenkasse gegründet damit ich geld habe um die praxis zu tun und ich zahle den minimalsten betrag in meine rentenkasse ein weil ich weiß ich werde nicht von der rente leben ich möchte von dem leben was ich arbeite und ich weiß dass jesus bald kommt und ich möchte alles einsetzen er hat die seinen die für ihn alles tun die für ihn alles einsetzen zur erlösung ihren mitmenschen noch nie ohne mittel gelassen es ging mir in meinem leben noch nie schlecht von materieller ebene obwohl ich von heute auf morgen lebe obwohl ich nicht rechne dass ich etwas habe worauf ich mich stütze morgen und es ein prozess der ist schwer im kopf zu realisieren dass ich mich auf gott allein verlasse wir alle wissen den weg auf dem wir gehen zum himmelreich wird immer schmaler und wir kommen an einen punkt wo wir nur noch auf auf felsen vor schüben sozusagen uns stützen kommen und dann kommen wir zu dem punkt wo wir keinen boden mehr unter den füßen haben wir haben eine 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 schlucht vor uns wir haben das reich noch nicht erreicht aber jetzt haben wir nichts mehr irdisches auf was stützen können in dieser zeit ist der glaube gewachsen und jetzt bleibt nichts mehr außer der glaube dass gott dein leben hält und du erwischt diesen glauben und schwingst dich hinab und erhält dich und du kommst an im reiche gottes am ende nur gestützt auf gott auf deinen erlöser mit nichts mehr auf dich selbst weil du hast nichts mehr auf was du dich stützen kannst aber wenn wir jetzt nicht schritt für schritt wie gott uns führt und er macht uns frei von all dem überfluss den wir haben und bringt uns an den punkt eines tages vor der zeit der trübsal noch wo wir nichts mehr haben auf was wir uns stützen können an geld an einkommen an häusern an autos an vielleicht verstecktem gold wir haben nicht einmal ein brot zu essen werden wir dann verzagen werden wir dann heulen oder werden wir gesagt haben wir kennen diese situation wir haben sie gelernt wir haben sie in unserem geist schon häufig geübt wir haben als wir in den situationen kamen wo es enger wurde im weg gerne verzichtet und wir haben gelernt zu vertrauen auf unseren gott und wir sind am tage des gerichts geschützt wir sind am tage der not in völliger sicherheit ist das nicht wünschenswert dass wir nicht an dem tage heulen und klagen weil das worauf wir uns gestützt haben zerfressen ist und verrostet oh es ist genau derselbe wortlaut mit dem jesus an der bergpädig sagt der irdische schatz wird von motten gefressen und von rost und von den dieben gestohlen heult und weint ihr habt gebaut auf einen irdischen schatz ganz egal ob der jetzt riesig war oder nur ganz gering er wird einen jeden ins verderben stürzen wo ist dein herz wo steht es wofür lebst du lebst du in dem vollen bewusstsein ich bin ein kind gottes ich bin willig so wie er mich führt weil ihr wisst den weg als wir auf den weg gingen da in dem bild was ellenweit benutzt da hatten sie rosse und wagen und waren beladen aber da der weg enger wurde und gott ist derjenige der weg enger macht waren sie willig die das über das was sie verhinderte vorwärts zu gehen abzuwerfen obwohl das gute dinge waren sie waren willig auf ihre sicherheit zu verzichten bis sie auf die pferde verzichten mussten bis sie sogar auf ihre socken verzichten auf die schuhe weil sie konnten sich mit schuhen und socken nicht mehr festhalten an dem felsen dass sie nicht aus rutscht wollen wir willig je enger der weg wird das woran wir geklammert haben das wo wir sehen wir klammern dran aufgeben oder wollen wir stehen bleiben dort wo wir sind ich möchte ich übe es in meinem innersten noch habe ich Beine unter den Füßen ich meine noch habe ich Weg unter den Füßen noch habe ich habe ich etwas worauf ich mich irre stützen kann aber der Weg ist schon schmaler geworden und ich weiß er wird noch schneller werde ich die werde ich die Lektion des Glaubens lernen oder werde ich sie nicht lernen ich möchte sie lernen ich möchte nicht unter denen kommen die dann weinen und heulen und den Zähne klappen ich möchte dann stehen unter denen die mit dem Regenbogen umgeben sind und sagen das ist mein Gott auf den ich gebaut habe das ist meine Sicherheit das ist mein Leben nicht mein Reichtum nicht meine irdischen Güter nein sie sind alle alle hinter mir geblieben ich stehe nur mit dem Leben und mit dem großen glauben der sich über die Jahre vergrößert hat und und in ihm so bist du in diesem Prozess lernst du die Demut lernst du dich von den Dingen zu lösen die dich so gefangen hat sowohl die irdischen ich meine die materiellen aber auch die nicht materiellen aber hier geht es in dieser Betrachtung um die materiellen Dinge so das ist unsere Wahl die wir haben jetzt in den letzten Tagen was will ich tun will ich mich auf etwas stützen was ein Betrug ist sicherlich nicht ich möchte mich nicht stützen auf einen Betrug ich möchte mich alleine auf meinen himmlischen Vater auf meinen Erlöser Jesus Christus stützen und in ihm sicher sein so fassen wir zusammen diese Betrachtung über das über den Reichtum er spielt eine wesentliche Rolle auch im Leben der letzten Generation und hier ist die Gefahr dass man sich so sehr auf die irdischen Dinge konzentriert dass man die himmlischen vergisst und im Jakobusbrief werden uns viele Warnungen ausgedrückt für unterschiedliche Dinge die nicht gut sind aber aber wenn es um den Reichtum geht dann ist das eines der Sachen die wirklich schlimm sind in dem Sinne dass man sich auf ihn an ihn hält deshalb bringt uns der heilige geist durch den Jakobus in diesen letzten Tagen zum bewusstsein dass jeder der auf seinen Reichtum baut eines tages heult und klagt nicht um der Buße willen nein er heult und klagt um des Betruges willen in dem er gelebt hat aber die Reue wird dann die Erkenntnis nicht eine Reue die Erkenntnis wird dann zu spät sein er wird erkennen es gibt keine Umkehr weil er hat die Chancen die ihm Gott gegeben hat der zur Umkehr verpasst er hat die Warnungs Botschaft nicht ernst genommen und er hat seinem Irrtum geglaubt er hat sich gestützt auf das was nichts bringt fürs Leben er hat in seinem Irrtum seines Herzens ist er gefallen und ist gestürzt endgültig unwiderruflich ich möchte heute weinen und klagen möchte heute Buße tun für die Fehler meines Herzens für meinen Hochmut für mein richterisches Wesen eine richterische Art für meine Streitsucht für meine Rechthaberei für mein meine ausgeklügelte Zunge die Feuer anzündet wenn sie von der Hölle entzündet ist für diese Zunge die eine Welt der Ungerechtigkeit ist die aus meinem Herzen kommt möchte heute weinen und klagen mein mein fröhlichsein in Trauer umwandeln und zu Gott kommen um mein Herz umgewandelt zu bekommen dieses weinen ist ein Segen und führt zum Leben dieses will ich praktizieren dieses will ich mir aneignen mit jedem Schritt wo ich erkenne meine Not und meinen Betrug und will traurig sein darüber weil ich will an dem Tage des Gerichtes wenn Jesus kommt will ich nicht weinen dann will ich nicht heulen und Zähne klappend dastehen und zu den Felsen und Hügeln sagen fallet über mich nein dann will ich unter dem Regenbogen Gottes stehen ja vielleicht werde ich Tränen haben in meinen Augen für den unverdienten Gewinn den ich dann zu sehen bekomme sicherlich wird an jedes Herz gerührt sein aber nicht mit Verzagen nicht gerührt von der Not sondern gerührt von dem überaus schwänglichen Reichtum der uns in Christus wenn er kommt in den Wolken des Himmels begegnet ja wir werden voller Freude hüpfen wie die Mastkälber sagt es der Prophet Malachim ja dann will ich unter denen sein wo es man den Unterschied sieht zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten ich möchte dort nicht mehr weinen dort möchte ich jubeln und fröhlich sein die Wahl haben wir jetzt die mit Tränen sehen sagt die Schrift ernten einst mit Freuden herrlich wird der Jubel sein die Wahl haben wir jetzt lassen wir uns betrügen lassen wir uns betrügen von der vergänglichen Schatz von der vergänglichen Schatz oder stützen wir uns auf den ewigen der dadurch errungen wird dass wir jetzt Buße tun und uns bekehren und uns bekehren von allen bösen Taten die aus diesem ich herauskommt ich will es der Weg wird schmaler muss noch viel Ballast abgeworfen werden der Glaube muss noch wachsen ja aber wir sind in den letzten Tagen und ich glaube es dass wir es erleben werden in diesem unseren Tag deshalb lasst uns vorbereiten lasst uns unser Herz demütigen jetzt wo noch Zeit ist und uns vorbereiten dass wir an dem Tage nicht weinen nicht klagen sondern jubeln und hüpfen wie die Mastgelber Amen